Hey Leute, was geht? Hier spricht man QuickscopeXe und heute mal wieder mit einer Runde Ender Games und nun zum Intro. Ja Leute, ich habe das heute mal ein bisschen anders gemacht mit dem Intro so geschnitten und es leckt total lol. Ja, heute mal wieder mit einer Runde Ender Games, das wollte ich heute mal so und ich wollte das Intro halt ein bisschen anders schneiden diesmal, hoffe das passt so. Schreibt mir ebenfalls in die Comments, ob das besser ist, wenn ich alleine aufnehme oder dass jemand mitmachen soll, das würde mich wirklich sehr interessieren. Einfach unten in die Comments rein tippen, ich habe jetzt wie immer mal nicht wirklich Themen, die ich ansprechen könnte, aber... Ich hoffe ihr habt Zocke1918 sein Video schon gesehen, er hat die HDB4R bekommen, was ich echt geil finde, meine Stimme hört sich echt verzogen an, was ich scheiße finde. Ich glaube er hat die HDB4R noch nicht wirklich eingestellt, er hat sie ja gleich bekommen und dann gleich aufgenommen. Ja, ah, wow, 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 wow... Hey, du übertreibst jetzt schon, du übertreibst jetzt schon, du übertreibst. er wurde geportet nein ja leute wie immer erster runde gleichmals fehl ja egal nein 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 komm ey er wird schon wieder keinen Bock mehr auf Ender Games hier ja na toll jetzt muss ich warten bis das die nächsten Donner hier anfängt so schauen wir uns hier mal ein bisschen den Server an ich muss da jetzt kurz mal was schließen hoppla so was wird das denn hier noch zugehend jump in von ich kann doch Heiden Sieg wäre geil Rush Paintball lol wieso legt das Server hier so heute so viele Leute hier drauf oder was der Wallstart im Ender Games ich will aber Heiden Sieg ah da Heiden Sieg obwohl es sind ziemlich viele Leute auf dem Server obwohl es sind ziemlich viele Leute auf dem Server da ich glaube ich mache jetzt zurzeit mal einen Cut bis das Spiel dann startet bis gleich so und da startet auch schon wieder die Runde wieder wieder mega lag so schutzzeit 60 Sekunden ich hoffe diese Runde überlebe ich ein bisschen länger wäre toll ja ich bin jetzt nicht der beste Ender Games zog ich spiele das nicht so oft ähm dann hätte mega lag ey dann hätte mich noch interessiert weil Leute ah das scheiß Server ey tut mir leid dann hätte mich noch interessiert ob ähm ich Lernwirtschaftssimulator dieser Let's playen soll mit dem DJ Flybeat Music den von dem benutze ich gerade die Musik ist ein guter Freund von mir mit dem zog ich auch gerade auf dem privaten Server mit ihm was mich was mich wundert dass die Internetleitung so gut hält gerade also beim Server meine ich jetzt ja was zu futten nananam lecker 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 ja ähm der hat mir jetzt sicher alles schon wieder verzieh dich verzieh dich geh weg von mir du sollst weg gehen von mir du sollst weg gehen du sollst weg gehen er hat hier Rüstung ist klar geh weg von mir du nicken 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 mann oh kommt schon scheiße ich hatte gleich so 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 das wird mir immer wieder mein das ich wieder auf jahr untertitel ja ich würde dabei sein ob ihr Landwirtschaft-Simulator ein bisschen sehen wollt um ich bin global dj versichert haben schon selber gemacht wenn ihr wollt können wir auch da ein bisschen aufnehmen was wir hier bisher so mal gemacht haben geht es so in Ordnung Diener Juhu Diener Juhu zum Glück beginnt gleich die nächste Runde ist der Boss ich glaube wir haben in dieser Lobby ein paar Diener Freunde oh eh ender Perle yes yes bitch please alter unten sperrt da gleich mal Bedürfung ihr nigger 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 ich habe jetzt nichts gegen nigger wenn kein Bass ist ne bin ich wirklich nicht er hat es nicht iranisch gemeint oder so ist klar Eisenrüstung komm ey ein paar Leute haben echt oft oh jetzt hab ich ein bisschen Glück mehr als die Hälfte davon habe ich schon vielleicht find ich da vielleicht find ich da ein bisschen Eisenrüstung jetzt werden Schutzpanzer hier noch ne möchte ich nichts haben tut mir leid ja jetzt habe ich ein bisschen Schutz bisschen Schutz kann dann bitte ein kleines bisschen danke oh gleich EP Farmen gleich EP Farmen könnte ich eigentlich gleich verzaubern machen wir auch diesmal zum ersten Mal dass ich diesmal verzauber mit willst du willst du money einmal ein verzaubertes Schwert und das ist ja ich werd weggeportet alter du kannst mich mal hier ey jetzt ja da nigger 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 ich will nichts von dir will nichts von dir Ich ergeb' mich nicht fraggerlich komm 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 NINE 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 NEIN NINE NEIN NEIN Ich will nix von dir wie gesagt Alter wir sind ja wie ein Jump n run diesmal hier Ich hoffe, der hat abgelündet von mir Nein, hat er nicht Scheiße Ja, Mann, Alter Leute Alter Egal Einer drinnen noch Dann höre ich auf Ja, kein Scherz Ah, ich verschreibe mich immer wieder LOL T-slash-eg-vote Alter Ja, ähm, was wollte ich noch zum Landwirtschafts- Spiel ich jetzt mit 5 Leuten hier Wenn sie mich ver- Ne, ich spiele mit 5 Leuten hier Keine Verarsche Gleich mal die richtige Kiste hier ausgesucht Nochmal die richtige Kiste Alter, ich spiele hier mit 5 Leuten Badum Twigshot Quickscope-Excel Ne, ich will mich jetzt echt nicht porten setz mal 10 mal auf und plus 5 ep gleich mal ne schützt das dann brauche ich keine mehr alter ich werde immer geportet kein bock darauf wenn ich jetzt alter schutzzeit vorbei ja am station bitte in die comments ob der zocker 19 18 mit aufnehmen soll also dass er mit dabei ist und dann schnappen wir uns jetzt ja du stirbst vor mir und ich sterbe jetzt alter ja leute ich sag das war es jetzt mal bitte schreibt mir die comments ob ihr landwirtschaftssimulator oder auch landwirtschaftssimulator was ist das hier so ein kleines jump and run ja ich bin zu blöd dafür ja leute schreibt mir bitte in die comments ob ihr landwirtschaftssimulator oder so sehen wollt damit ich auch mal darum nehmen kann aber ich glaube das wird sowieso mal kommen und ja dann sage ich ciao leute und bis zum nächsten mal padum padum ja 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 Vielen Dank.